Nach der Schulzeit habe ich den Wehrdienst absolviert und dann hat es natürlich auf dem Kontostand auch nicht so prickelnd ausgeschaut. Das ist eine Stilverei, wo ich mich beim Räderbau als Techniker beworben habe und nachher bin ich genommen und habe mir gedacht, jetzt schau ich mir das Ganze einmal an, wie wir das tun können. Und jetzt sechs, sieben Jahre später bin ich dabei so. Eine von den krassesten Sachen, die wir so abgewickelt haben, ist ein Anfang, wo ich dazukommen bin. Da war ich noch Techniker, das war das Hotel Kaiserfels. Jetzt in weiterer Folge habe ich nachher Sölm Bauleitungstätigkeiten gemacht. Da war zum Beispiel eine große Baustelle in Würgeln, die was ganz herausfordernd gewesen ist. Gerne Bärträcher sollte humorvoll sein und nachher ein bisschen gesellig passt er gut zum Hafen dazu.